Ein grüner Hahn, ja? Guck mich mal an, ja? Herr Vogel, doch. Und fliegen können wir auch, ne? Komm her. Komm her. Alles ist gut, ne? Doch. Ich möchte noch ein Bild von dir haben und dann kommst du in die Zeitung als Erster heute, ne? Alles okay. Vielen Dank.